Grüezi und herzlich Willkommen. Heute sind wir in Nürnberg, der zweitgrössen Stadt Bayerns und starten unsere Tour am Hauptbahnhof. Von hier ist ein Katzensprung zum Handwerkerhof und dann weiter zu den verschiedenen Quartieren der Altstadt. So zum Lorenzerplatz mit der Lorenzkirche und dem schmucken Wetterhäuschen, dem Hauptmarkt mit der Frauenkirche, dann zum Weinmarkt der mittelalterlichen Sebalduskirche, nicht zu vergessen das Quartier am Tiergärtnertor und vieles mehr. Wir gehen auf und sogar in die Stadtmauer und erfahren so, wer denn der Architekt der Bastion im Nordwesten der Nürnberger Burg war. Und ja, selbst das Henkerhaus kann uns fast keine Angst mehr einflössen. Los geht's! Der Handwerkerhof, gegründet im Dürrejahr 1971, begeistert Millionen von Besuchern. Gut geschützt von der historischen Stadtmauer liegt der ehemalige Waffenhof der Reichsstadt in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes. In den kleinen Fachwerkhäusern und engen Gässchen bieten Handwerker ihre Ware feil, laden urige Wirtschaften zu Speis und Trank und erwacht traditionelle Handwerkskunst zum Leben. Wir sehen uns im nächsten Mal. Weiter geht's der Königstrasse entlang Richtung Lorenzerplatz. Bereits auf der Königstrasse werden an vielen Marktständen Waren zum Kauf angeboten. Schon bald sind die Türme der Lorenzkirche ersichtlich. Mit dem Bau der Lorenzkirche wurde zwischen 1243 und 1315 begonnen. Sie birgt in sich nicht nur viele schöne Kunstwerke, sondern sie ist selbst als hochgotische Basilika ein Kunstwerk. Hübsch und informativ auch das Wetterhäuschen bei der Lorenzkirche. Von den Verkaufsständen leider in den Hintergrund gedrängt, eignet sie sich jedoch gut als Treffpunkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Türme des ZDF für funk, 2017 Die Museumsbrücke führt über die Pegnitz zum Nürnberger Hauptmarkt und zur Frauenkirche. Als erstes jedoch zum Narrenschiff. Das Narrenschiff steht für viele Betrachter unverständlich trocken, also ohne Wasserzufuhr auf einem Pflasterstein in der Fussgängerzone. Die Museumsbrücke Er ist einer von 11 Wochenmärkten im Stadtgebiet. Rund 40 Händlerinnen und Händler bieten von Montag bis Samstag auf dem Markt ihre frischen Produkte an. Das ist nicht nur ein schöner Brunnen, er heisst auch so. Und er hatte eine historisch wichtige Funktion, da hier eine der zwei Wasserleitungen aus dem Umland endete, die das Ziel hatten, sauberes und hygienisches Wasser für alle zur Verfügung zu stellen. Schlag 12 Uhr mittags erscheinen die sieben Kurfürsten und erweisen dem Kaiser ihre Referenz. Damit wird an die goldene Bulle Kaiser Karls IV. im Jahre 1356 erinnert, in der unter anderem festgelegt wurde, dass jeder neu gewählte König oder Kaiser seinen ersten Reichstag in Nürnberg halten müsse. Okay, weiter geht's Richtung Rathausplatz und damit in die Sebalder Altstadt. Von hier kann man bereits einen Turm der Sebaldskirche sehen. Und im Vordergrund steht der Gänse-Männchenbrunnen, seit 1945. Die mittelalterliche Sebaldskirche, benannt nach dem Wohl im 8. Jahrhundert in der Gegend von Nürnberg lebenden Einsiedler Sebaldus, zählt neben der Frauenkirche und der Lorenzkirche zu den herausragendsten Kirchenbauten Nürnbergs. Eine herausragend schöne, im gotischen Baustil errichtete heute evangelische Kirche mit Buntglasfenstern, Gemäldern und imposanter Orgel. Wir schlendern weiter Richtung Weinmarkt. Der Name ist natürlich Programm. Ohne Weindegustation bei der Weinhandlung auch, ist an ein Weiterlaufen nicht zu denken. Gestärkt nehmen wir Kurs zum Albrecht-Dürer-Platz und anschliessend zum Tiergärtner-Tor. Musik An diesem sehr belebten Platz mit bester Aussicht auf den Tiergärtnertorturm haben wir ein Treffen für ein ganz spezielles Vorhaben, die Erkundung der Stadtverteidigungsanlage. Und noch eine Überraschung, bevor wir in das Innere der Mauer hinabsteigen. Wir sehen den grössten zusammenhängenden Weinberg Nürnbergs innerhalb der Stadtmauern. Ok, starten wir unsere Tour durch die Stadtverteidigungsanlage von Nürnberg. Ja, Nürnberg besitzt eine mächtige Stadtbefestigung. In Europa findet man vergleichbare Anlagen nur in Valletta oder Dubrovnik. Zu entdecken gibt es allerhand, so zum Beispiel verschiedene Wehrgänge, unterirdische Endermauer und auch solche obendrauf. Allesamt solche, die bislang noch nicht öffentlich zugänglich waren. Schon seit 1545 erheben sich aus dem Graben hinter der Burg die gewaltigen Basteien des italienischen Architekten und Festungsbaumeisters Antonio Fazzuni. Im Inneren der Anlage führen steile Treppen hinab in die Kasematten die Verteidigungsgänge mit ihren Schiesscharten, durch die man teilweise heute noch hinausblicken und sich ausmalen kann, wie damals die Nürnberger Soldaten ihre Stadt hätten verteidigen sollen. Allerdings, Nürnberg wurde nie angegriffen. Aber auch ohne Angriff respektive Verteidigung sind wir einigermassen froh, wieder Tageslicht zu sehen. Nicht nur das, auch wunderschöne Blumengärten zeigen sich oberhalb der Bastion. Aber auch die Aussicht auf die Altstadt ist überwältigend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Graben zwischen den zwei Mauern wird schnell klar, dass es zur damaligen Zeit für eventuelle Angreifer kein Durchkommen gab. Weitere Infos zur Stadtmauer unten im Video. Im Graben 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ganz in der Nähe vom Hauptmarkt befindet sich das Deutsche Museum Nürnberg und liegt direkt an der Pegnitz inmitten der Nürnberger Altstadt. Das Museum vermittelt Wissen über fünf Themenbereiche, Arbeit und Alltag, Körper und Geist, Systemstadt, System Erde und System Zeit. Ja, bekanntlich soll Wissen weise machen. Allerdings wäre ich schon froh, wenn ich wüsste, wo mein Handy geblieben ist. Hübsch anzusehen, wie sich die Henkerbrücke in der Pegnitz widerspiegelt. Das Henkerhaus im Herzen der Nürnberger Altstadt, heute eine Ausstellung zur Rechts- und Kriminalgeschichte, ist direkt über die Pegnitz gebaut. Allmählich wird es Zeit, dem Henkerhaus einen Besuch abzustatten. Nun ja, braucht ein klein wenig Mut, über die Schwelle dieses Hauses zu treten, mit oder ohne Henkersmahlzeit. Die Insel ist übrigens nur durch zwei Stege und die Henkerbrücke oder die obere Karlsbrücke erreichbar. Mit diesen Bildern von der Pegnitz und einem kleinen Spaziergang durch die Insel mit seinen Restaurants und Verkaufsläden geht diese Episode zu Ende. Mir bleibt, dir fürs Zuschauen ganz herzlich zu danken. Teile und abonniere einfach meinen Kanal und wichtig, drücke die Glocke, dann verpasst du keinen meiner Filme. Auch für deinen Kommentar bedanke ich mich bei dir. Wir sehen uns bald wieder, bleib munter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017